Sehr geehrte Frau Stadtverordneten-Vorsteherin, sehr geehrte Stadtverordnete, sehr geehrte Gäste. Um einen Überblick über die Lage der Stadt zu erhalten, werden immer wieder Daten erhoben und Berichte erstellt. Diese sind jedoch über einzelne Berichte, Anfragen oder Datenlagen auf verschiedenen Plattformen verteilt und oft fehlen auch Daten, um einen Gedankenkontext herzustellen. Warum weichen Berichte wie der Jahresbericht des Sozialamtes nicht aus und warum brauchen wir einen Armuts- und Reichtungsbericht? Ein Armuts- und Reichtungsbericht spiegelt die sozialen Verhältnisse in unserer Kommune wider und dient als Check der sozialen Verhältnisse wie ein Sozialdruck. Armut kann nicht alleinstehend betrachtet werden, sondern die Relation entsteht immer im Zusammenhang mit sämtlichen gesellschaftlichen Verhältnissen. Es reitet nicht aus, mit einem Fehlerobjektiv Daten zur Erwerbslosigkeit zu betrachten, sondern es müssen die komplexen Auswirkungen auf Gesundheit, Bildung, soziale, politische und kulturelle Teilhabe analysiert werden. Sozialer Umgangtheit kann nur entgegengelernt werden, wenn sie aufgedeckt werden. Und genau dafür müssen auch die Verhältnisse des ökonomischen Mittelstandes und der Reichen betrachtet werden. Denn diese geben den Lebensstandard einer Gesellschaft vor, zu dessen Teilhabe der armen oder armutsgefährdenden Bevölkerung der Zugang zu wehren ist. Wie Sie wissen, sprechen wir in unserer Breite in erster Linie von relativer Armut. Und ausgeschlossen sein hängt dementsprechend von den nicht zugänglichen Möglichkeiten, die anderen zur Verfügung stehen. Schauen wir uns beispielsweise die Möglichkeit der Freizeitbeschäftigung für Kinder an, muss auch betrachtet werden, wie viele Kinder aus welchem Einkommenssegment den Zugang zum Erlernen von Musikinstrumenten raten. Aber ebenso sind auch die unterschiedlichen Sportarten von Tennis bis zum essentiellen Schwimmunterricht in den Augenweiten gelegt. Es würde auffallen, dass diese kaum von Kindern aus einkommensarmen Haushalten genutzt werden. So könnte das Beratungsangebot angepasst werden, als es auch möglich ist, im Rahmen von Bildung und Teilhabe ein Musikinstrument anzuschaffen oder die Ausrüstung für den Sport zu finanzieren. Ebenso könnten als Schlussfolgerung Maßnahmen zur Aufklärung gestaltet werden, dass es möglich ist, die Fahrtkosten zu den weit entfernten Schwimmbands zu übernehmen und bei der Beantragung zu helfen. Gerade Entscheidungen, die eine Einzelfallbetrachtung benötigen, stellen eher eine große Würde dar, dass sie nicht in Betracht bezogen werden. Dies soll nur als Einbeispiel von vielen geben, um die Notwendigkeiten und das Potenzial eines Armuts- und Reichtumsberichts zu verdeutlichen. Ein solcher Bericht kann strukturelle und gruppenbezogene Ursachen herausarbeiten, aus denen zielgerichtete Maßnahmen abgeleitet werden könnten. Es kann überprüft werden, ob es einen Zusammenhang der Inanspruchnahme von Teilhabermöglichkeiten mit der Verteilung von bezahlbarem Wohlraum gibt usw. Mit einem Arm- und Reichtumsbericht kann die Arbeit des Pakts gegen Armut fundamental unterstützt werden, um eine lebenswerte Stadt für alle zu gestalten. Aufgrund der Einwände im Sozialausschuss möchte ich auch hier nochmal auf diese Punkte eingehen. Auf den Vorbehalt, dass die Erstellung des Berichts durch ein unabhängiges Institut zu teuer sei und dementsprechend unverhältnismäßig, muss ich erwidern, dass es ja Sinn und Zweck ist, sich mittels einer Supervision auf den Kühlstand zu begeben, um eine unvoreingenommene Rückmeldung zu erhalten. Erst durch einen Gesamtbericht ist eine Einordnung in den Gesamtkontexten überhaupt zuverlässig möglich. Und zur Darlegung, dass durch den Takt gegen Armut doffen Maßnahmen erarbeitet werden und auch ohne einen unabhängigen Bericht, kann ich nun Folgendes erwidern. Natürlich führt man Müll nach bei der Müllschrank, bei einem Auto, die es gebietet und kontrolliert ihn auch regelmäßig zu diesem Zweck. Ebenso wird eine Werkstatt aufgesucht, wenn der Keilring fliecht und man selbst nicht in der Lage ist, das Problem zu beheben. Dennoch muss das Auto alle zwei Jahre zum TÜV, um prüfen zu lassen, dass nicht doch ein unentdecktes Problem die Verkehrssicherheit gefährdet. Ich möchte nicht behaupten, dass die Stadt untätig sei, aber stellen Sie sich bitte den Straßenverkehr vor, wenn die unabhängigen Überprüfungen durch den TÜV abgeschafft werden würden. Wood spoon. Woh! Und dann sehen Sie gesagt, ich較 sicher nicht. Lampte! Achso! Ähem! Achso! Emanfacken! World Vielen Dank.